Mein Name ist Marliese Krebe, bin 64 Jahre, wohne seit kurzer Zeit hier und bin auf diese Aktion aufmerksam geworden, weil ich auch mich irgendwie mit dem Auto verändern möchte, auch E-Mobilität bevorzuge und da meine Tochter auch so ein Wägelchen fährt, habe ich gedacht, das mache ich mal, teste das mal aus. Es war ein ganz anderes, neues, entspanntes Gefühl, man hat viel mehr Ruhe beim Fahren, man ist nicht hektisch, der springt sofort los und ist spontan und tolles Gefühl.